hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren vlog auf meinem kanal heute möchte ich euch meinen alltag zeigen guten morgen leute wir sind trockig gerade im bett das liegt daran dass ich euch mal einen kleinen alltag vlog zeigen wollte so wie mein alltag abläuft und ja ja leute ich bin jetzt auf dem weg zum zuck und werde dann in die arbeit ja leute der tag ist geschafft ich habe jetzt feierabend und bin auf dem weg nach hause natürlich hatte ich auch heute den mittagspause ich habe das auch gefilmt und das zeige ich euch jetzt kurz was es heute bei mir gar ja leute ich bin jetzt in schwarz geht es dann noch einkaufen ein bisschen fleisch brauche ich denn ich mache mir ein schönes fleisch mit salat und so weiter so Leute ja ich bin jetzt bei mir zu hause ich war gerade echt kurz vor einem nervenzusammenbruch denn meine smoke ist mir runtergefallen was mich erst mal richtig genervt hat aber zum glück hatte ich noch ein satzteil da und dadurch funktioniert jetzt recht gut ich werde jetzt was kochen es gibt jetzt abend essen ich wollte noch ein paar dinge bezüglich des mittags essen sagen es gab brot es gibt jetzt auch wieder brot allerdings achte ich darauf dass die kohlenhydrate zufuhr am tag unter 180 gramm ist was so empfohlen wird manche leute sagen auch man kann ruhig ein bisschen höher gehen aber ich finde 180 gramm optimal nach dem essen werde ich dann jetzt noch ein bisschen die social media seiten ein bisschen durch checken was das so abgeht und dann gibt es zum workout wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über ein abonnement freuen bis dahin verabschiede ich mich bis dahin bis dahin bis dahin